Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale und heute starten wir rein mit meiner Prognose zum Halbfinale der Champions League. Wir haben wieder ein paar richtig interessante Matches vor uns, schauen wir einfach direkt mal rein. Was hier die Partien im Halbfinale sind, da haben wir zum einen Manchester City gegen Real Madrid. Das ist schon mal ein richtig geiles Duell, da kann man sich auf jeden Fall auf guten Fußball einstellen. Und das zweite Halbfinale, was vielleicht nicht ganz so ausgeglichen ist, aber wie gesagt, man hat schon bei Bayern gesehen, man sollte Villarreal niemals unterschätzen. Der FC Liverpool trifft eben auf gerade angesprochenes Villarreal. Fangen wir aber mit dem ersten Spiel an, Manchester City gegen Real Madrid. City hat sich relativ, naja, souverän gegen Atletico Madrid durchgesetzt, am Ende halt aber auch nur in Gesamtergebnissen 1 zu 0. Das ist jetzt auch kein überragendes Ergebnis, aber man muss schon sagen, über die zwei Spiele hinweg war City die bessere Mannschaft, hat das Spiel dominiert. Und sie hätten auch sicherlich höher gewinnen können, auch wenn es zum Ende im zweiten Spiel wirklich auch nochmal eng geworden ist, dass nicht Atletico vielleicht noch einen Treffer macht. Real wiederum im Hinspiel furios mit 3 zu 1 gegen Chelsea gewonnen. Im Rückspiel dann wurde es nochmal richtig knapp und es sah sogar zeitweise so aus, als würden sie hier noch rausfliegen und Chelsea würde weiterkommen. Am Ende aber ein genialer Außenrisspass von Luka Modric, der zumindest mal wieder die Verlängerung geschert hat. Und dann in der Verlängerung natürlich der Kari Pensema, der überragende Spieler dieser Champions-League-Saison, kann man ganz klar so sagen. Ja und so ist Real hier am Ende im Halbfinale, aber man muss das schon sagen, es wurde im Rückspiel wirklich nochmal viel, viel zu knapp für das Hinspielergebnis. Ich habe ja schon im Achtelfinale gedacht, dass Real Madrid gegen Chelsea schon rausfliegt. Da muss man halt sagen, Chelsea war noch nicht so 100%ig oder ist aktuell nicht so 100%ig in Form, da ich glaube, wenn die besser in Form gewesen wären, dann wäre das auch so gekommen. Real Madrid, die sind zwar gut und natürlich haben sie einen überragenden Kari Pensema, versteht mich da nicht falsch. Aber ich sehe es einfach noch nicht, dass die schon wieder auf diesem Level sind, wo man sagt, sie werden dieses Jahr Champions-League-Sieger. Ja, ich denke, der Weg endet hier im Halbfinale gegen City. City ist richtig gut und ich denke auch, dass Manchester City, der Gegner Real Madrid, wieder ein bisschen besser liegen wird als Atletico. Dementsprechend, ich gehe hier mit Manchester City und somit City für mich der erste Finalist. Kommen wir dann zum zweiten Halbfinale, Liverpool gegen Villarreal. Liverpool hat sich, würde ich sagen, halbwegs souverän durchgesetzt, auch das Hinspiel relativ souverän mit 3 zu 1 gewonnen. Im Rückspiel, ja, war es dann halt relativ früh, relativ hoch, dann haben sie ein bisschen nachgelassen und dann kam Benfica wirklich nochmal zurück. Und es wurde zwischenzeitlich vielleicht auch nochmal ein bisschen spannend, aber so richtig in Gefahr war der Halbfinaleinzug von Liverpool eigentlich nie. Villarreal wiederum hat im Hinspiel wirklich begeistert mit unfassbar gutem Fußball und da den Bayern komplett den Schneid abgekauft. Da waren sie ganz klar die bessere Mannschaft, da hatte Bayern wirklich noch Glück, dass es nur 1 zu 0 ausgegangen ist. Das hätte deutlich höher ausgehen können, da haben sie wirklich gezeigt, die können richtig guten Fußball spielen. Auf der anderen Seite im Rückspiel haben sie meiner Meinung nach auch gezeigt, ja, wenn der Gegner wirklich gut spielt, dann wird es schon etwas schwieriger für sie. Da war Bayern dann ein bisschen besser, da hat sich Villarreal natürlich auf die Defensive fokussiert, das auch wunderbar gemacht. Bayern hat wirklich wenig richtig gute Chancen gehabt und natürlich dann aber auch die vergeben, muss man auch sagen. Aber dann eben den einen Nadelstich wieder gesetzt. Villarreal verdient auf jeden Fall im Halbfinale, kann man ganz klar so sagen. Ich denke aber, dass es jetzt gegen Liverpool richtig, richtig schwer wird. Klar ist ja natürlich, Liverpool ist ja der Favorit und Liverpool ist auch nochmal deutlich, deutlich besser als die Bayern es waren, als sie auf Villarreal getroffen haben. Und da hatte Villarreal schon ihre Probleme. Ich glaube, mit Liverpool sollte man aktuell einfach nicht irgendwie messen. Die sind richtig gut drauf. In der Premier League haben sie es geschafft, nochmal richtig ranzukommen an City aktuell zur Aufnahmezeitpunkt. Ein Punkt zwischen ihnen und Manchester City. Und was gäbe es passenderes als ein Finale zwischen Manchester City und dem FC Liverpool? Und nach meiner Prognose kommt das so. Gucken wir uns also nochmal das mögliche Finale an, was hier meiner Meinung nach kommen wird. Manchester City gegen den FC Liverpool. Genauso, wie es dann wahrscheinlich auch schon in der Premier League entschieden sein wird. Wer der Meister wird, dann auch noch das Finale in der Champions League. Ich gehe davon aus, dass es so kommt. Pep Guardiola gegen Jürgen Klopp. Das wird ein unfassbares Spiel. Ja, ich denke, da kann jeder Fußballfan sich eigentlich drauf freuen. Aber klar, es wird trotzdem natürlich auch wieder ein rein englisches Duell. Ich persönlich bin da kein Freund von der Dominanz der englischen Mannschaften. Aber ist natürlich auch kein Wunder bei den finanziellen Mitteln, die die englischen Vereine zur Verfügung haben. Dementsprechend, ja, das war meine Prognose. Schreibt mir gerne rein, wer ihr glaubt, wer hier ins Finale einzieht. Ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich denke, da könnte man auf jeden Fall auch ein bisschen was anderes sehen. Würde mich nicht wundern, wenn auch ein paar sagen, jo, Villarreal schafft die Überraschung. Oder, ja, Real Madrid macht das ganz klar gegen City. Benzema netzt da dreimal ein. Auch das halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich persönlich sehe nur City und Liverpool hier leicht favorisiert. Dann war es das hier aber tatsächlich auch schon mit meiner Prognose. Ich glaube, ganz viel muss ich dazu nicht mehr sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst mir gerne ein Like und ein Abonnent. Denn dann, wir sehen uns aber das nächste Mal hier wieder in der Fußballzentrale. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, wir sehen uns ja wieder auf jeden Fall. Vielen Dank.